Ja, Sie haben recht, sowas passiert nicht von heute auf morgen. Ja, ja, ich verspreche es, ich habe es doch nur daher gesagt. Nina, Nina, passen Sie auf, suchen Sie weiter im Internet. Ja, wenn Sie irgendetwas finden, dann kontaktieren Sie mich, rufen Sie mich an. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch hier draußen sein kann, aber ich werde es hinausdrücken und Sie versuchen es, es ist wichtig. Okay, okay, gut, danke. Nina, Nina, ich danke Ihnen. Nein, diesmal werden wir gewinnen. Ich kann es doch nicht, ich habe es doch gerade erklärt. Nein, du bist die Witwe, du bist die Geschädigte, du kannst Schadenersatz einfordern. Hör mal, Stella, du wirst Millionen wahr. Ich bin wahr. Du beschuldigst mich? Hey, 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 hey. Ja? Was machen Sie hier? Ich muss ins Gefängnis. Name? Koll. Michael Koll. Ausweis? Den habe ich Ihnen bereits gegeben. Wann? Vor etwa einer halben Stunde, als ich hier angekommen bin. Warten Sie hier. Ich bin nicht in der Stimmung. Nein, nein, ich bin nicht die Schuldflagge. Es geht nicht um Schuld. Es gibt keine Schuldfrage zu klären. Es ist passiert. Ja? Es war da. Menschen begegnen sich. Menschen ziehen sich gegenseitig an. Sie ziehen sich gegenseitig aus. Sie erregen sich gegenseitig. Sie tauschen Körperflüssigkeiten aus. Und eines Morgens wachen Sie auf und stellen fest, dass Sie Fremde sind. Scheiße, nein, nein, nix, Micky. Kein Micky und kein Schmicky mehr. Nein. Ach, leck mich doch. Römer, römer, römer. Du kannst mich mal. Ja, ich habe meinen Kopf schon unter dem Fallweil. Und du versetzt mir den Todesstoß. Da findest mir die FDA, die fucking Drog Authority. Leck mich. Nina, Nina, Nina. Nina, Nina, nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen, nicht auflegen, nicht auflegen. Bitte, bitte hör mir zu. Okay, wein, wein dich aus. Ja, ja, genau, lass das alles raus. Okay, okay, okay. Gut, und jetzt durchatmen. Natürlich kannst du das. Deine Fantasie ist schmutzig genug. Ja. Yes, richtig. Ich bin ein Macho. Ja, Neoreaktionär, genau. Ich bin eine Drecksau. Was soll ich machen? Ich habe nichts anderes. Mutter, du hast Glück. Du erwischst mich gerade, wie ich ins Flugzeug steige. Ja, nein. Ich musste die ganze Zeit mit den Direktoren da telefonieren. Warte mal, warte mal, einen ganz kleinen Moment. Ja, okay. Ja, hör mal, nein, das... Nein, eine Konferenzschaltung nennt man das. Ja, so arbeitet man heutzutage. Aber der Präsident sitzt in Genf, der Finanzchef in Hongkong und ich als Rechtsberater hier. Und die ganze Arbeit wird am Telefon erledigt, genau. Ja. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber hey, es funktioniert. Bereiten Sie sich auf den größten Prozess Ihrer Karriere vor. Und wissen Sie was? Nehmen Sie Unterhosen mit. Sie werden Sie voll scheißen. Barrieren? Scheiß. Herr Richter, hallo? Hallo?